so die ersten aufnahmen in fahrt bei den kurven muss ich mich noch ganz schön rein legen, da ist der trailer noch etwas weich obwohl steffen da schon änderungen vorgenommen hat ich schätze mal, wir bewegen uns jetzt schon 29 jetzt auch vorsicht das war unser Upe hört man die Bremse jetzt so so so